Heute im Video, wie ihr den Knoten für das Nackenband richtig macht, damit ihr hier ganz einfach aus Banshee eine Loop für euer Nackenband knoten könnt. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Talkshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. In meinem letzten Video hatte ich verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie ihr die zweite Stufe, den Backup Automaten um den Hals tragen könnt, verschiedene Möglichkeiten ein Nackenband zu montieren. Und dabei habe ich übersehen, wie man hier diesen Knoten an dem selbstgebauten Necklace am besten setzt oder wie man diesen Knoten am besten macht und das möchte ich heute im Video kurz nachholen. Das Ergebnis soll nachher mal so ausschauen, wir haben gesagt, dass links und rechts im Prinzip der Knoten sitzen soll, also nicht nach oben, sondern schaut, dass ihr es so hinbekommt, dass ihr links und rechts den Knoten setzen könnt. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass wir ein klassisches Banshee nehmen, da hatte ich im letzten Video 4 mm empfohlen, das ist auch nach wie vor das, was ich hier als am besten finde für das Ganze. Natürlich könnt ihr auch 3 oder 5 mm verwenden, das Knotensystem ist natürlich das gleiche. Uns geht es jetzt darum, dass wir eben ein Stück Banshee haben, das wir dann nachher hier um den Hals tragen und hier vorne wollen wir den Lungenautomaten, die zweite Stufe haben und hier vorne muss also dann jetzt hier diese kleine Lupe entstehen. Wie funktioniert aber nun der Knoten? Ihr legt das Ganze hier einmal so drüber und einmal so drüber, sodass wir hier zweimal einen Knoten machen, immer an den Enden hier einen Knoten reinsetzen. Dann fangen wir einfach mal auf einer Seite an und machen einen ganz normalen Haushaltsknoten hier rein, sodass hier immer noch das Banshee durchlaufen kann. Auf der anderen Seite das gleiche wieder, wir legen es auch hier wieder über das Banshee drüber und machen hier einen ganz einfachen Knoten rein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir hier immer noch bei dieser durchlaufenden Seite das Banshee verstellen können und so setzen wir es jetzt erst einmal über den Lungenautomaten drüber, über die zweite Stufe drüber. Und jetzt können wir hier auf der Seite die Länge entsprechend anpassen. Wir ziehen hier durch und schauen, wie vorher schon gesagt, dass die Knoten links und rechts sitzen, nicht oben und unten. Damit ist das viel schöner von der Laufrichtung und hier oben stört auch an der Lippe dann kein Knuppel später. Wenn das Ganze jetzt schon mal ein bisschen enger ist, dann zieht ihr den Knoten schon mal ein bisschen mehr fest. Wir können das ganz zum Schluss auch immer noch ziehen, nur dieses Ziehen wird halt immer schwerer, je fester dieser Knoten ist. Das machen wir jetzt hier auch noch mal auf der anderen Seite. Und dann ziehen wir hier noch mal ein bisschen enger, damit das wirklich gut hält. Und dann zum Schluss eben, wie vorher schon gesagt, zieht ihr hier den Knoten noch mal an. Und dann seht ihr, hängt das Ganze hier gut am Automaten. Wir können es jetzt abnehmen. Wenn wir es abgenommen haben, dann noch mal hier mit der Hand. Müsst ihr schauen, dass ihr das richtige Ende erwischt, weil sonst verstellt ihr natürlich hier, wenn ihr an der falschen Stelle zieht, wieder diese Einstellung, die wir gerade gemacht haben. Dann ziehen wir hier den Knoten noch mal ordentlich fest auf beiden Seiten, sodass hier wirklich das Ganze dann gut hält. Als nächstes kürzen wir dann natürlich noch beide Enden, weil so wird es ja auch irgendwie blöd ausschauen, wenn wir hier so riesen Enden da stehen haben. Ist auch wieder störend. Also wir schneiden das hier jetzt an beiden Seiten noch mal ab. Die Bungees lassen sich ziemlich gut mit einer ganz normalen Schere schneiden. Da braucht es kein spezielles Werkzeug wie den Line Cutter oder sowas. Das geht einfach mit der Schere. Und damit die Enden hier dann nicht zu ausfranzen, nehmt ihr ein Feuerzeug oder wir haben jetzt hier ein bisschen größeres Feuerzeug, aber das funktioniert. Einfach mit einem Feuerzeug hier ein bisschen drüber gehen und schon sind dann die Enden verschmort, sodass die hier nicht weiter ausfranzen können. Das gleiche hier auf der anderen Seite. Ihr könnt, wenn ihr Angst habt, dass dieser Knoten sich verstellt oder dass er sich zu leicht öffnet, könnt ihr hier auch noch ganz leicht drüber gehen, damit sich auch hier der Überzug des Bungees ein bisschen verschmort und damit verklebt. Das könnt ihr sicher auch noch gut machen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil diese Hülle, dieser Überzug hier, dieses Geflecht ist nicht besonders dick und wenn ihr hier zu fest mit dem Feuerzeug drauf geht, dann habt ihr sehr schnell ein Loch drin, was dann auch optisch wieder nicht so ganz gut ausschaut. Funktionieren würde es aber natürlich auch ohne diesen Überzug. Der Überzug ist im Prinzip ja nur eine optische Geschichte, der hier innen das tatsächliche Bungee, das weiße Bungee zusammenhält und dafür sorgt, dass es ein bisschen nach was aussieht. Wir sind jetzt quasi fertig mit dieser Knotung. Jetzt hält das auch ziemlich gut. Jetzt könnt ihr ihn hier nochmal drüber ziehen natürlich dann zum Test. Merkt dann schon, wenn ihr ihn doch zu eng geknotet habt, dann müsst ihr das Ganze halt nochmal machen. Aber ihr seht, es ist kein großer Aufwand, hier sich ein Bungee selber zu knoten, um damit ein Necklace zu bauen. Und die Vorteile oder die, warum wir überhaupt so etwas machen, habe ich euch ja vielleicht letzte Woche gezeigt. Verlinke ich euch hier oben nochmal das Video. Aber wie gesagt, gerne nachgeholt, dass ich im letzten Video nicht gezeigt habe, wie man diese Knoten macht. Das war es dann schon wieder, würde mich über einen Daumen hoch freuen, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.